Hallo und herzlich willkommen zu HASO bespricht, meinem Podcast über Bücher, die mich beschäftigen. In der heutigen Folge stelle ich When Religion Hurts von Patricia Homan und Amy Burdett vor. Dürfen Frauen in der Gemeinde lehren und leiten? An dieser Frage scheiden sich nach wie vor die Geister der Christenheit. Die Frauenordination zum Beispiel ist in der katholischen Kirche und in den orthodoxen Kirchen tabu. In der Mehrheit der protestantischen Kirchen und Freikirchen hat sie sich durchgesetzt, allerdings oft erst in den letzten Jahrzehnten und nach nicht immer freundlichen Diskussionen. Und es gibt Gegenwehr. Die evangelisch-lutherische Kirche Lettlands hat 2016 Aufsehen erregt, weil sie die erst 1975 eingeführte Ordination von Pfarrerinnen wieder abgeschafft hat. Und die Christen in den USA sind bei diesem Thema in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite gibt es die Komplementaristen. Sie glauben, dass Gott Männer und Frauen wesensmäßig so verschieden geschaffen hat, dass er beiden unterschiedliche Aufgabengebiete zugewiesen hat, den Männern das leiten, den Frauen das unterstützen. Sie verstehen das als Ergänzung, daher der Name Komplementarismus. Auf der anderen Seite finden wir die Egalitaristen. Sie sind überzeugt, dass Frauen und Männer gleichen Zugang zu einflussreichen Positionen haben sollten. Und von dieser Gleichheit leitet sich der Name Egalitarismus her. Im letzten Jahrhundert hat sich in den USA das Verhältnis zwischen beiden Lagern deutlich verschoben. Während früher in 93 Prozent der Kirchen und Gemeinden Frauen nicht leiten durften, sind es heute weniger als die Hälfte. Umso schärfer wird der Ton der Gegenwehr. Viele Komplementaristen geben diesem Thema ein solches Gewicht, dass in ihren Augen kein rechtgläubiger Christ mehr ist, wer sich eine Frau als Pastorin vorstellen kann. Owen Stracken, einer der jungen Hardliner dieses Lagers, twitterte in diesem Jahr, es gab und gibt Frauen, die von sich behaupten, Pastorin zu sein. Aber es gibt keine Pastorinnen. Es hat sie nie gegeben und es wird sie nie geben. Wie so oft bei solchen Auseinandersetzungen berufen beide Seiten sich auf die Bibel. Komplementaristen verstehen die biblische Erzählung der Erschaffung von Mann und Frau hierarchisch als Über- und Unterordnung. Egalitaristen verstehen sie im Sinne partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Komplementaristen berufen sich auf Aussagen des Paulus, die Frau solle in der Gemeinde schweigen und das Lehren sei ihr nicht gestattet. Egalitaristen führen eine weitere Aussage des Paulus an, dass es in Christus weder Mann noch Frau gibt, also in der Gemeinde das Geschlecht nicht zählt und die soziale Hierarchie zwischen Mann und Frau überwunden ist. Beide Seiten deuten die Praxis der Gemeinden des Neuen Testaments unterschiedlich und jede Seite versteht die Stellen, auf die die Gegenseite sich beruft, anders als diese. Angesichts dieses biblischen Tauziehens ist es hilfreich, das Thema von einer anderen Seite zu betrachten, die leicht vernachlässigt wird. Was machen diese unterschiedlichen Positionen eigentlich mit den Betroffenen, den Frauen? Hat es Auswirkungen auf das Wohlergehen von Christinnen, ob sie zu einer Gemeinde mit Gleichberechtigung gehören oder nicht? Und wenn ja, welche? Diese Frage hat die Soziologinnen Patricia Homan und Amy Burdett interessiert. Ihre Ergebnisse haben sie 2021 in der American Sociological Review veröffentlicht. Wenn Religion wehtut, struktureller Sexismus und Gesundheit in religiösen Gemeinden. Diese Studie möchte ich vorstellen und anschließend aus ihr einige Schlussfolgerungen ableiten, die grundsätzliche Bedeutung für unseren Umgang mit der Bibel haben. Zunächst ist es wichtig, den Begriff struktureller Sexismus richtig zu verstehen. Im Alltagssprachgebrauch ist ein Sexist ein Macho, der Frauen zurück an den Herd schicken will, anzügliche Bemerkungen über sie macht oder sie auf andere Weise erniedrigt. In den Sozialwissenschaften ist Sexismus ein Fachbegriff, mit dem ausgedrückt wird, dass Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts Benachteiligungen ausgesetzt sind. Und als strukturell wird Sexismus bezeichnet, wenn er im System verankert ist und nicht in der persönlichen Geringschätzung von Frauen. Als sexistisch bezeichnen Homan und Burdett also Gemeinden und Kirchen, in denen Frauen durch theologische Überzeugungen, Tradition oder Statuten von einflussreichen Positionen ausgeschlossen sind. Das schließt nicht aus, dass sie respektvoll behandelt werden, aber sie lehren und leiden eben nicht. Wenn ich in diesem Podcast den Autorinnen folge und ebenfalls den Begriff Sexismus verwende, dann will ich damit nicht verunglimpfen, sondern einen Sachverhalt beschreiben. Homan und Burdett untersuchen die Auswirkungen des strukturellen Sexismus auf die Gesundheit von Frauen. Das bietet sich an, weil es bereits eine reichhaltige Forschung über den Zusammenhang von Religion und Gesundheit gibt, auf die sie aufbauen können. Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, lässt sich daran erkennen, dass es im Handbuch Religion und Gesundheit eine Liste von Studien zu diesem Thema gibt, die 350 Seiten umfasst. Der Tenor ist eindeutig. In der Forschung gibt es immer mehr Belege dafür, dass religiöse Beteiligung zu besserer physischer und psychischer Gesundheit und zu höherer Lebenserwartung führt. Das hat vielfältige Gründe. Gläubige Menschen haben oft einen gesünderen Lebensstil und sind in eine Gemeinschaft mit gegenseitiger sozialer Unterstützung integriert. Ihnen wird ein positives Selbstbild vermittelt. Ihr Glaube hilft, ihnen Herausforderungen zu begegnen. In ihnen werden positive Emotionen wie Liebe und Vergebung geweckt und gestärkt. Außerdem wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass es auch Wirkungen geben kann, die sich der wissenschaftlichen Erforschung entziehen. Ob Gott Gebete erhört, liegt außerhalb der direkten Beobachtbarkeit durch Wissenschaftler. Wie findet man so etwas eigentlich heraus? Zunächst ist festzuhalten, dass der Zusammenhang zwischen Religion und Gesundheit ein statistischer ist, der im Großen und Ganzen gilt, aber nicht in jedem Einzelfall. Es ist ähnlich wie mit den Folgen des Rauchens, auf die jede Zigarettenpackung hinweist. Rauchen führt zu schweren Schäden und zum vorzeitigen Tod, aber nicht bei jedem Einzelnen. Es gibt den 20-Jährigen, der an Lungenkrebs stirbt, obwohl er nie eine Zigarette angefasst hat, während Altbundeskanzler Helmut Schmidt kettenrauchend fast 97 Jahre alt geworden ist. Wenn man aber zwei genügend große Gruppen von Rauchern und Nichtrauchern miteinander vergleicht, dann wird man feststellen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Rauchern niedriger ist und die Häufigkeit von bestimmten Erkrankungen größer als bei Nichtrauchern. So ist es auch mit der gesundheitsfördernden Wirkung des Glaubens. Es gibt Christen, die sich kränkelnd durchs Leben quälen und Atheisten, die bis ins hohe Alter kerngesund bleiben. Das ist wichtig für unser Thema, weil sonst leicht Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut geht, ihren eigenen Glauben in Zweifel ziehen. Aber im Großen und Ganzen gilt, in der Forschung gibt es immer mehr Belege dafür, dass religiöse Beteiligung zu besserer physischer und psychischer Gesundheit und zu höherer Lebenserwartung führt. Eins der bewährten Verfahren, mit denen man den Zusammenhang von Religion und Gesundheit untersucht, ist das Folgende, dem auch Homan und Burdett folgen. Man unterscheidet zwischen Menschen, die selten oder nie einen Gottesdienst oder eine andere religiöse Veranstaltung besuchen und denen, die das häufiger oder regelmäßig tun. Und man verwendet die sogenannte gesundheitliche Selbsteinschätzung, bei der die Befragten auf einer Skala von sehr gut bis schlecht ankreuzen, wie sie selbst ihre Gesundheit empfinden. Das mag auf den ersten Blick recht subjektiv aussehen. Wir kennen schließlich den Hypochonder, der sich mit einem Männerschnupfen reif für die Intensivstation fühlt und den Kämpfer, der die Seuche in sich trägt, aber fest behauptet, mehr geht's blendend. Doch wenn man von diesen Einzelfällen absieht, ist die gesundheitliche Selbsteinschätzung erstaunlich aussagekräftig. Und das Ergebnis des eben beschriebenen Verfahrens ist eindeutig. Gemeindebesucher haben im Durchschnitt eine bessere Gesundheit als Nichtbesucher. Fassen wir zusammen. Religion tut der Gesundheit des Menschen gut, wenn man die Religiosität eines Menschen anhand der Häufigkeit seiner Gottesdienstbesuche misst und ihn selbst seine Gesundheit einschätzen lässt, ergibt sich, dass ein gläubiger Mensch im Durchschnitt, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, eine bessere Gesundheit besitzt. Holman und Burdett sind nun noch einen Schritt weitergegangen. Sie wollten wissen, wie das Ergebnis aussieht, wenn man die Auswirkungen des Gemeindebesuchs für Frauen und Männer getrennt untersucht und dabei unterscheidet, ob sie in eine komplementaristische Gemeinde gehen oder in eine egalitaristische. Ersteren nennen sie in ihrer Studie sexistisch in dem vorhin erklärten Sinn, letzteren nennen sie inklusiv. Zunächst mussten Holman und Burdett festlegen, wann sie eine Gemeinde als sexistisch einstufen. Dafür stellten sie eine Liste mit vier möglichen Einschränkungen für Frauen auf. Erstens, Frauen dürfen in einer gemischten Gruppe nicht lehren. Zweitens, Frauen dürfen im Hauptgottesdienst nicht predigen. Drittens, Frauen dürfen nicht Mitglied der Gemeindeleitung sein. Viertens, Frauen dürfen nicht leitende Pastorin der Gemeinde sein. Wenn eine Gemeinde mehr als zwei dieser Kriterien erfüllt, wird sie als sexistisch eingeordnet. Holman und Burdett teilten die Befragten dann in drei Gruppen auf. Menschen, die einer sexistischen Gemeinde angehören, solche, die in eine inklusive Gemeinde gehen und solche, die nicht regelmäßig an organisierter Religion teilnehmen. Ihre Forschungsfragen formulierten sie so. Wirkt es sich auf die Gesundheit von Frauen und Männern aus, wenn sie eine religiöse Gemeinschaft besuchen, in der Frauen von Leitungspositionen ausgeschlossen sind? Wenn ja, wie verhält sich die Gesundheit von Menschen aus sexistischen und aus inklusiven Gemeinden zu der von denen, die keine religiösen Veranstaltungen besuchen? Das Ergebnis für Frauen wird in dieser Grafik dargestellt. Und es ist krass. Für alle drei Gruppen ist ein Intervall eingezeichnet. Der Punkt in der Mitte markiert jeweils den Mittelwert der gesundheitlichen Selbsteinschätzung. Die Länge des Intervalls veranschaulicht, ob die große Mehrheit der Antworten dicht beieinander liegt oder breiter gestreut ist. Besonders aussagekräftig ist das Ergebnis, wenn die Intervalle sich nicht überschneiden. Das ist der Fall, wenn man nicht Teilnehmerinnen und Frauen, die in eine inklusive Gemeinde gehen, miteinander vergleicht. Die Gesundheit der Gemeindebesucherinnen ist signifikant besser. Sie bringen den vollen Ertrag der gesundheitsfördernden Wirkung des Glaubens ein. Ganz anders sieht es für Frauen aus sexistischen Gemeinden, also Gemeinden ohne Gleichberechtigung aus. Sie verlieren nicht nur den gesundheitlichen Vorteil des Glaubens, sondern es sieht so aus, als ob sie sogar in Bezug auf ihre Gesundheit schlechter dran sind, als wenn sie in keine Gemeinde gingen. Nur darf man angesichts dieses Ergebnisses keinen Schnellschuss machen. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Besuch einer Gemeinde, in der die Beteiligung von Frauen eingeschränkt ist und der schlechteren Gesundheit dieser Frauen gibt, bedeutet noch nicht, dass das eine die Ursache für das andere ist. Man unterscheidet in der Forschung Kausalität und Korrelation. Kausalität bedeutet, dass von zwei Phänomenen das eine die Ursache für das andere ist. Korrelation bedeutet, dass beide irgendwie zusammenhängen, der Zusammenhang aber durch etwas anderes hergestellt wird. Das lässt sich mit einem hübschen Beispiel verdeutlichen, das früher beliebt war. Man hat festgestellt, dass in Gegenden, in denen die Zahl der nistenden Störche besonders hoch ist, auch die Geburtenrate über dem Durchschnitt liegt. Wer weiß, dass Säuglinge nicht vom Klapperstorch gebracht werden, weiß auch, dass hier keine Kausalität vorliegt. Die Korrelation ist geografisch bedingt. Es handelt sich um ländliche Räume, in denen Störche sich lieber aufhalten und in denen die Geburtenrate seinerzeit über dem Bundesdurchschnitt lag. In unserem konkreten Fall könnte es also auch sein, dass es andere Bedingungen in sexistischen Gemeinden sind, die für die schlechtere Gesundheit der Frauen verantwortlich sind. Solche Gemeinden haben auch sonst meist ihr eigenes, sehr konservatives Gepräge und ihr Frömmigkeitsstil kann ihre Mitglieder unter Druck bringen und dadurch die positiven Auswirkungen ihres Glaubens aufheben. Ich sehe aber einige Indizien dafür, dass es tatsächlich die Benachteiligung der Frauen ist, die zur Verschlechterung der Gesundheit beiträgt. Erstens. Bei Männern, die in sexistische Gemeinden gehen, ist eine gesundheitliche Einbuße kaum nachweisbar. Das könnte dafür sprechen, dass die Ursache etwas ist, was nur die Frauen betrifft, also ihre Stellung in der Gemeinde. Zweitens. Man hat in vielen Studien bestätigt gefunden, dass generell Menschen, die sich benachteiligt fühlen, eine schlechtere physische und psychische Gesundheit haben. Das gilt für so unterschiedliche Merkmale wie ethnische Zugehörigkeit, Migrantenstatus, Behinderung, Alter und eben auch Geschlecht. Das spricht dafür, dass es in der Tat die Benachteiligung ist, die bei Frauen die schlechtere Gesundheit verursacht. Drittens. Wenn Ehepaare in komplementaristische Gemeinden gehen, wird oft auch ihr häusliches Leben von Über- und Unterordnung bestimmt. Man hat in anderen Untersuchungen herausgefunden, dass je mehr eine Frau sich ihrem Mann unterlegen fühlt, dies desto stärker auf ihre Gesundheit drückt. Viertens. Schließlich kommt noch ein Argument ins Spiel, das sich ebenfalls aus der Studie von Holman und Burdett ergibt. Sie haben noch zwei alternative Berechnungen durchgeführt, in denen sich sexistische Gemeinden jeweils anders definieren. Beim ersten Typ gilt eine Gemeinde als sexistisch, wenn Frauen nicht einmal in der Gemeindeleitung sein können. Das ist eine besonders starke Form von Benachteiligung, weil hier die Männer alles bestimmen. Beim zweiten Typ ist das Kriterium eine mildere Form der Benachteiligung. Nur die Rolle des leitenden Pastors ist Männern vorbehalten. Hier ihre Ergebnisse. Beim grundsätzlichen Ausschluss von der Gemeindeleitung ist das Ergebnis ähnlich wie vorhin. Wenn nur die Hauptpastorenstelle männlich besetzt sein muss, ist das Resultat erkennbar günstiger. Das könnte man so erklären. Da die meisten Frauen ohnehin wie die meisten Männer nicht Hauptpastorin sein möchten, trifft diese Einschränkung sie weniger hart. Auch das spricht dafür, dass die gesundheitliche Einbuße tatsächlich durch die Benachteiligung verursacht ist und umso größer ist, je stärker die Einschränkungen empfunden werden. Frauen, die eine komplementaristische Gemeinde besuchen, in der sie von Leitung und Lehre ausgeschlossen sind, geht es also in der Regel gesundheitlich schlechter. Was folgt daraus? Komplementaristen werden von diesem Ergebnis nicht sehr beeindruckt sein. Es steht doch geschrieben, werden sie sagen. Schließlich ist die Bibel die Grundlage unseres Glaubens und unserer Praxis und nicht die soziologische Forschung. Das stimmt. Aber was bedeutet es, der Bibel zu folgen? Das können wir am besten von dem lernen, der die Mitte der Schrift ist, Jesus von Nazareth. Auch in seiner Zeit gab es gegensätzliche theologische Positionen, ein unterschiedliches Verständnis biblischer Ordnungen und komplexe Diskussionen, die der einfache gläubige Jude kaum nachvollziehen konnte. Jesus hat sich in der Regel nicht auf die hochgestochenen Auslegungsdiskussionen eingelassen, sondern einfache Kriterien angewandt, anhand derer jeder sich sein eigenes Urteil bilden konnte. Ein solches fundamentales Kriterium, das er mehrfach verwendete, lautete, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Im Zusammenhang geht es jedes Mal um Menschen, die meinten, im Namen Gottes zu reden. Jesus sagt, untersucht nicht nur ihre Argumente, sondern achtet auf die Frucht, auf die Auswirkungen ihres Handelns. Ein Baum, der keine gute Frucht bringt, ist kein guter Baum. Eine Bibelauslegung, die keine gute Frucht bringt, zum Beispiel in Bezug auf das Wohlergehen von Frauen, ist keine gute Bibelauslegung. Der Komplementarismus ist keine gute Bibelauslegung. Es stimmt, nicht die Soziologie ist die Grundlage unseres Lebens, sondern die Bibel. Aber die Soziologie kann uns helfen, biblische Kriterien anzuwenden. Die Worte von Jesus bedeuten noch, wie eine Sache zu beurteilen ist, ist nicht nur eine Frage der formalen Exegese, also der Bibelauslegung, sondern auch eine Frage der Empirie, also der Beobachtung, welche Auswirkungen sie hat und was dabei herauskommt. Dass Jesus das so grundsätzlich meinte und es ihm ernst war, zeigte sich in seinem Umgang mit einer anderen biblischen Ordnung. Das Verhältnis von Frauen und Männern war damals nicht so heiß diskutiert wie heute. Es gab jedoch eine andere Ordnung, die oft im Mittelpunkt von Auseinandersetzungen stand, der Sabbat. Es gab umfangreiche Debatten, wie er genau zu halten sei, was ist Arbeit, was ist keine Arbeit, was darf man, was darf man nicht. Jemanden am Sabbat zu heilen, der kein Notfall war oder am Sabbat Getreide zu ernten, weil man hungrig war, wurde durch die gängige Auslegung ausgeschlossen. Jesus ließ sich nicht auf die entsprechenden rabbinischen Fachdiskussionen ein, sondern beurteilte die Praxis des Sabbats an ihren Auswirkungen ihrer Frucht. Erstes Beispiel. Die Jünger Jesus stillten am Sabbat ihren Hunger durch Ähren, die sie unterwegs in Kornfeldern ausrauften. Nach dem Verständnis der damaligen Gesetzeslehre war ein Unding. Aber Jesus verteidigte seine Jünger. Er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat war von Gott gegeben worden, um die Menschen zu entlasten. Als er Israel aus der Sklaverei ausführte, befreite er sie von der Last, ständig arbeiten zu müssen. Aus dieser Entlastung war mit der Zeit eine neue Belastung geworden, weil es immer mehr Vorschriften zu beachten gab. Jesus konterte, wenn euer Verständnis des Sabbats Menschen nicht fördert und freisetzt, sondern beschneidet und einengt, dann ist euer Verständnis des Sabbats per se falsch, egal wie viele Buchstaben ihr dafür anführen könnt. Ich glaube, dass man das verallgemeinern darf. Jede Ordnung Gottes ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für die Ordnung oder noch allgemeiner. Die Bibel ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für die Bibel. Die Bibel ist so ein großartiges Buch. Millionen Menschen haben in ihr Gottes Liebe, Heil, Zuversicht, Ermutigung, Stärkung, Rat und Orientierung gefunden. Fromme Gemüter können aus diesem wunderbaren Geschenk eine Zwangsjacke machen, in die der Mensch zu passen hat, auch wenn sie ihm die Freiheit raubt. Sie sind schnell besorgt, ob jemand auch bibeltreu genug ist. Vielleicht sollten wir eher besorgt sein, ob unser Verständnis und unsere Anwendung der Bibel menschenfreundlich genug sind. Für Jesus war entscheidend, was gut für den Menschen ist. Und komplementaristische Gemeinden sind nicht wirklich gut für Frauen, wie wir gesehen haben. Beispiel 2. Bei einer anderen Gelegenheit ging es um die Frage, ob Jesus am Sabbat heilen durfte. Hier bringt er weitere Nuancen ins Spiel. Jesus sprach zu ihnen, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben? Mit dieser rhetorischen Frage sagt Jesus, wenn euer Verständnis des Sabbats euch daran hindert, Leben und Gesundheit zu fördern, dann vergesst es. Dann entspricht es nicht dem Willen dessen, der den Sabbat gestiftet hat. Damit sind wir dicht bei unserem Thema, bei dem es ja auch um Gesundheit geht. Wenn das Verständnis der biblischen Geschlechterordnung daran hindert, das Leben von Frauen und ihre Gesundheit zu fördern, ist es ein Missverständnis. Und schließlich ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Jesus sagt, wenn unser Verständnis der Bibel die Möglichkeit einschränkt, Gutes zu tun, ist dieses Verständnis problematisch. Frauen haben in Leitung und Lehre schon viel Gutes bewirkt. Durch ihre Verkündigung kamen Menschen zu Jesus gefunden, sind Zuhörer ermutigt, inspiriert und aufgebaut worden. Durch ihre Leitung sind Gruppen nach vorn gebracht worden. Was ist das für ein Verständnis der Bibel, das Frauen verbietet, auf diese Weise Gutes zu tun? Um das zu sehen, muss man nicht die Aussagen des Paulus über das Schweigen der Frau aus dem griechischen und aus dem zeitgeschichtlichen Kontext erklären können, obwohl auch das hilfreich sein kann. Man muss nur die Perspektive einnehmen, die Jesus eingenommen hat. Beurteilt eine Sache danach, welche Frucht sie bringt und welche Auswirkungen sie hat. Und dabei kann uns die Soziologie manchmal tatsächlich helfen.